Heute geht es um ein ganz zentrales Thema. Wie können Kinder gut einschlafen? Mein Name ist Dr. Daniela Dotzauer. Als Ärztin beschäftige ich mich seit 30 Jahren mit der Kinderheilkunde. Mir begegnen in meiner Praxis viele sehr bemühte, aber auch sehr verzweifelte Eltern mit vielen Fragen, die sich meist nur eins wünschen, besseren Schlaf. Und dies wurde über die Jahre mein Thema. Dazu vermittle ich zum einen wichtige Hintergrundinformationen zum Thema Kinderschlaf und zum anderen erkläre ich die altersspezifischen Bedürfnisse der Kinder und mit dem entsprechenden Perspektivenwechsel gelingt es gut, einen neuen Weg einzuschlagen, auf dem ich die Familie ein Stück weit begleite. Kurzum, ich kümmere mich um guten Schlaf. Wie geht gutes Einschlafen? Zum guten Einschlafen brauchen wir im Wesentlichen zwei Dinge. Das eine ist Schlafdruck, das heißt, wir müssen müde sein. Die Kinder müssen sich körperlich müde fühlen. Das sehen wir an den Wachzeiten. Und das Zweite, was wir zum guten Einschlafen brauchen, ist Schlafbereitschaft. Das ist ein ganz wichtiger Begriff. Ohne Schlafbereitschaft kein Einschlafen. Wie können wir unserem Kind helfen, schlafbereit zu werden? Wir müssen es runterkuscheln. Runterkuscheln ist das Zauberwort. So wie es seit Jahrtausenden gelingt mit Singen und Wiegen. Dazu empfehle ich Ihnen eine Einschlafroutine einzuführen. Einen Prozess, den Sie immer gleich gestalten. Dann hat es für das Kind einen Wiedererkennungswert. Sie reduzieren die Reize, sie dunkeln ab, singen, wiegen, kuscheln Ihr Kind runter. Heute will ich Ihnen die sechs Monate alte kleine Anna vorstellen. Sie weint beim Einschlafen im Bett. So lange, bis die Eltern sie rausnehmen auf den Arm und sie dann nur noch aus der Schöpfung einschlafen kann. Um das zu verändern, ist es wichtig zu verstehen, schlafen muss positiv besetzt werden. Das heißt, Sie vermeiden das Schreien schon im Vorfeld. Sie legen sie nicht unvermittelt ins Bett, sondern, ganz wichtig, runterkuscheln. Sie nehmen die kleine Anna und tragen sie einfach auf der Schulter. Nicht gleich in der waagerechten, wo alle losschreien, sondern sie tragen sie senkrecht, tragen sie durch den Raum und üben eine gewisse Einschlafroutine. Sie dunkeln ab, singen und wiegen und sind im Wesentlichen selber geduldig, leise, langsam und langweilig. Denn Babys haben eine lange Leitung. Und wenn sie dann im Laufe der Zeit ruhiger wird und dann können Sie sie in die waagerechte nehmen und dann gelingt es auch, sie friedlich abzulegen und im weiteren Verlauf schrittweise wacher abzulegen. Das ist wichtig, denn Anna verknüpft diese Einschlafroutine positiv. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie weiß dann schon, jetzt kommt wieder die Nummer mit dem Lalilu und dann hilft sie schon ein bisschen selber mit und baut eine Schlaferwartungshaltung auf und kommt damit runter und ruhig und gut zum Schlafen. Es ist mir ganz wichtig, denn alle Kinder sollen lernen, einschlafen geht ganz leicht. Das Etablieren der Einschlafroutine dauert in der Regel nur wenige Tage. Das schrittweise Wache ablegen braucht man ein bisschen mehr Geduld, aber in ein, zwei Wochen merken Sie schon einen Fortschritt und die Mühe lohnt sich. Denn alle Kinder sollen lernen, einschlafen geht ganz leicht. Wenn bei Ihnen das Einschlafen nicht so leicht gelingt, erreichen Sie mich heute zwischen 20 und 22 Uhr über die Hotline. Ich freue mich auf Sie.